Hey Leute, habt ihr schon gehört? Heutzutage kommt es überhaupt nicht mehr auf Inhalte an, sondern darauf, wo man steht. Das heißt, man kann ja links, rechts, oben, unten, beiseite, in der Ecke oder eben auch in der Mitte stehen. Und ja, momentan ist es ganz wichtig, wenn man weder links noch rechts noch oben noch unten sondern genau in der Mitte steht. Und da, wo die Frau Merkel ist, genau dort ist die Mitte. Doch Vorsicht, wenn sich die Mitte irgendwo hin verschiebt, dann ist das immer noch die Mitte, ja? Und genau das sagt sie uns hier. Und nur wir. Und nur wir. Ja, wie gesagt, es kommt überhaupt nicht auf Inhalte an, was da gemacht wird. Hauptsache, alles was links oder rechts oder oben oder unten oder sonst wo außerhalb von der Mitte ist, ist böse und schlecht und Deutschland wird untergehen. Vielleicht sollte man sich aber doch mehr über Inhalte Gedanken machen als über irgendwelches links, rechts, oben, unten, Mitte Gehabe. Oder war das jetzt gerade ein Gedankenverbrechen?